Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die laufenden Toten. Mein Name ist Martin und wenn du das Video unterstützen willst, mit einem Daumen nach oben und all die, die das davor getan haben, vielen, vielen Dank. Gegen den Rhythmus kämpfen wir. Ich finde, auch wenn Lily Paranodid ist, mag ich sie, wir müssen mit ihr reden. Wir müssen ehrlich zu ihr sein, weil wir haben ihr bewiesen, dass wir kein Arschloch sind, wir haben ihren Vater retten wollen. Ich muss dir was sagen. Ich habe irgendwie gesagt, ich war ins Gefängnis geschickt. Das ist okay. Oh, das war richtig. Wir haben bei ihr die richtige Entscheidung gemacht. Bei Kenny. Okay, das ist schon Asi. Aber ist es wichtig, dass wir mit ihr gesprochen haben, weil ich glaube tatsächlich, Personen, die ich leiden kann, aber bei dem bin ich mir unsicher. Weil ich immer noch nicht weiß, ich würde gerne wissen. Aber wir fragen einfach mal. Hier kommen wir, wir gehen mal hier zu ihnen. Na du, wie geht's dir? Nee, aber auf der anderen Seite. Wir haben ihn halt auch das Leben gerettet, ne? Oh, würdet ihr es sagen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr, wen ihr es gesagt hättet. Kenny. So, wir haben ihn gesprochen. Wir reden mit dir. Ich weiß halt immer noch nicht, wer es ist, ne? Wir sehen gar nicht mehr so viele, fällt mir gerade auf, ne? So eine Gruppe ist ziemlich geschrumpft, Alter. Ich muss euch was sagen. Ich hatte ja gar nicht kurz mit dir reden. Kenny, hast du kurz einen Moment. Rede ich mit ihr oder ihm? Ich rede, glaube ich, mit ihm. Oder mit ihr. Aber ihr würdet, also wenn ich es ihm sage, würdet ihr es auf jeden Fall sagen. Und umgedreht genauso. Komm, Kenny, was du hast, ne? Komm, wir reden mit ihm. Kenny, du hast einen Moment. Ich muss dir was erzählen. Ja? Was hast du? Hilft er uns dann und sagt uns, was Sache ist. Es ist ernst. Okay? Ich muss mich unten sitzen? Komm schon. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich habe jemanden getötet. Ja, haben wir ihn. Ich war, äh, auf meinem Weg ins Gefängnis drei Monate vor. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Es war nicht, um Kinder zu bemerken, war es? Nein, es war nicht. Weil wir zwei hier haben. Ich habe einen Mann in einem Kampf geklagt. Ich würde mich bemerken, ob es noch in deinem Vergangenheit gibt, das wird rauskommen? Nein. Gut. Aber du solltest wissen, wenn wir Zahlen machen müssen, wenn es zu einem Boot geht, das wird das wichtig. Ist okay? Ich mag ihn eh nicht. War jetzt nicht, Kenny weiß seine Herrlichkeit zu schätzen. Aber Doug wird es nicht verkraften. Den, den glaube ich nicht. Rede ich mit ihr? Die ist Ärztin, ne? Und die hat jetzt auch zu mir gehalten. Sie hat halt auch zu mir gehalten. Das ist echt schwierig, Leute. Und er sagt nein. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich habe getötet. Wow, das ist so. Ich war, äh, auf meinem Weg ins Gefängnis drei Monate vor. China, aber oben sage ich es nicht. Du hast immer mich mit kinder Augen gesehen gesehen. Ich wundere, ob du das immer noch tun könntest, wenn du, äh, du hättest, ich war ein verabschiedeter Mann. Mein Gott, für was? Wie viel Probleme kann ein Lehrer in die Hand kommen? Well, viel. Aber es hat nichts damit zu tun. Es war aus dem Mörder. Warum? Er und meine Wälder, äh... Oh, nein! Wenn ich sie jetzt nicht sage, ne? Oh, was habe ich hier getan? Ha, 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 ha! Aber ich bin der Meinung, Kenny wird mich hassen, aber... Jetzt lasst mich kurz argumentieren. Ich will hier weiter drücken. Sie ist zum einen, glaube ich, sie hat immer zu mir gehalten. Sie hat mich immer als freundlich gesehen. Und ich habe die ganze Zeit durchgezogen, ehrlich zu spielen. Zumindest bei Leuten, die ich vertraue. Ihr vertraue ich tatsächlich. Ich glaube nicht, dass sie was geklaut hat. Ich glaube, dass Kenny da drin steckt. I was given Larry CPR with Lily. Kenny came in from out of nowhere and put a stop to it. What did he do? He smashed his head in. Jetzt gibt's Streit. Jetzt gibt's Streit. Everything keeps changing. Ehrlichkeit ist nicht immer gut, Leute. Fuck. Ich rede einfach nicht mehr. Ich schweige jetzt einfach tot, ne? So, Doug, also folgendes. Sagen wir ihnen was? Also das Ding ist, ich vertraue ihnen halt doch nicht ganz so. Okay, ich gehe jetzt mal zu ihr hoch. Also ich lasse mir Zeit, Leute. Ich weiß, ihr denkt schon, jetzt geht doch mal weiter und mach mal und tu mal. Also, wir gehen mal Clementine. Fragen, ob ihr was gut ist. Gut. Sie lächeln mich noch an, das ist schon mal gut. Also, wir gehen noch mal kurz hoch. Reden mit ihr. Ich habe mit Kenny gesprochen. Ich habe mit Kenny über who I am. And? Ich weiß nicht. Ich fühle mich, ich habe ihm nur Ammo gegeben, wenn wir überhaupt keine schwierige Entscheidungen machen, wenn es zu einer Headcount. Ah, well, keine Angst. Ich habe mit Katja gesprochen. Wie hat sie es gemacht? Sie war gut, ich glaube. Ich denke, sie ist mehr schreckt über Kenny. Weil der St. Johns? Was genau hat er da gemacht? Oh, du kommst jetzt nicht. Ich habe mit Clementine über Dinge. Wie hat sie es gemacht? Ich weiß nicht. Sie ist schwer zu lesen. Sie adoriert dich. Nichts Worry. Ich habe mir gesagt, Lilly. Sie waren recht. Sie und Larry haben gesprochen. Obviamente. Sie war alles gut, aber. Well, du bist alles, was sie hat. Ich will mit dir später reden. Ich will mit dir später reden. Okay, haben wir gut gemacht. War wichtig. Fand ich, sollten wir mal machen. Bruder, du da oben, dir vertraue ich nicht. so richtig. komm mal. Sagen wir es ihnen? Das Leben ist, wenn wir es ihnen nicht sagen. Das ist die Frage. Wir wissen ja nicht. Vielleicht waren es auch irgendwelche Einbrecher. Ich sage es ihnen. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich war auf dem Weg ins Gefängnis. wenn ich was gar nicht schlechtes bin, dass wir doch mit ihnen ehrlich waren. Jetzt müssten wir Stuck eigentlich auch sagen. Eigentlich der einzige der jetzt nicht weiß ist Stuck, aber ich vertraue Stuck nicht so richtig, obwohl der vertraut mir halt. Der findet mich halt super cool, aber eigentlich bin ich ja eigentlich voll der Mörder. Das ist ein bisschen sad life Leute, das ist so, willkommen im Leben. Eben noch, freust du dich und jetzt dann so, ne? Ich weiß nicht, ich bin doch am überlegen. Nee, kann es nicht. Auch hier, dass sie hier zeichnet. Das wird doch nicht Clementine gewesen sein, oder? Leute, ich weiß, die Folgen sind jetzt ein bisschen, aber seht es mir nach. Aber wie gesagt, es gibt ein Inhaltsverzeichnis. So, komm, wir reden mal mit ihm. Es tut mir ja leid. Ich dachte, er hätte es gesagt. Oh, er redet gar nicht mehr mit mir. Das ist kein gutes Zeichen. Also, ich habe aber keine Beweise gefunden. Ich weiß nicht, wer es ist. Sagt mir auch keiner was. Komm, wir reden noch mit Lady. Find anything? I'll be back. Das ist schon peinlich ein bisschen, Leute. Das ist schon geil. Okay, wir gucken mal. Eins würde ich gern prüfen. Ob wir hier diese Zeichnung dahinten, da komme ich da noch. Nee, das geht nicht, ne? Na, guck mal hier. Wenn ich jetzt hier gehe, ist da nichts. Wenn ich jetzt hier gehe, ist was. Okay, lassen wir mal so im Raum stehen. Ja, aber... Wisst ihr, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne tatsächlich... Leute, ohne Scheiß. Wisst ihr, was ich gern tun würde? Ich würde gern mal in die Digge reingucken, ne? Einfach so einen Blick reinwerfen. Ja, ich muss es wahrscheinlich, Duck, Duck. Anders kann ich wahrscheinlich... Oh, nee, warte. Hier geht es doch was machen, Leute. Oh, nicht, dass das wirklich Einbrecher sind. Okay, ich rede jetzt mit Clementine. Ihr wisst, wie es läuft. Hier, Clementine, ich gehe mal kurz raus. Okay, dann nicht. Danke fürs Gespräch. Sagen wir Ihnen was? Ach, komm, wir vertrauen Ihnen. Nein. Dann was? Ich will Ihnen doch was reden, ne? Leute, ich wollte doch was sagen. Ich wollte Ihnen was sagen. Ja, wow, geil. Dann halt nicht. Ja, dann hoffen wir, dass es, ähm... Oh Gott. Ich muss hier reingehen. Nein. Ich will wieder raus. Das war doch gar nicht geplant, Leute. Machen wir jetzt mal keinen Scheiß hier. Kann ich hier was machen? Nö, ne? Ne. Also müssen wir weiter in die Richtung gehen. Also okay, da war es keiner von uns. Alles war hier das? Ich finde es aber gut, dass wir ehrlich zu den Leuten waren, Leute. Manchmal muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Ich meine, das ist jetzt eh, Apokalypse ist quasi im Reset. Hm. Oh Gott. Wer würde dem Banditen was geben? Hm. Du hast nicht mit nichts gemacht, hast du? Ich habe mit diesem. Es hat ein paar Meden in es. Es war in der Grete auf der Bühne. Und es gibt eine Sion auf der anderen. Holy fuck. Ja. Okay. Wir lineen alle. Alle. Es ist auch seit Tagen ruhig. Wir können einen Deal machen, warum tut ihr das? Was wollt ihr von uns? Wir überlassen euch alles, wir können Vorräte teilen. Ich wollte doch schießen, ich habe den Stegel geaimt. Ja, fucking aim! Wir müssen rausgehen! Nein, schade! Schade die Mäste! Cover unsere Leute und sieh sie in der RV! go around shit he's back there now get over here hurry get inside Ja man Was lässt sie hier, ist die behindert, ist der behindert? Leute, jetzt wird es zum Shooter, alter! Wer hat denn dir mit ihnen ausgehandelt, Leute? Ich bin gut, ich bin gut! Oh, 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 oh! Ich bin sorry. Alles ist gut, Ben? Alles ist nicht gut. Wir müssen herausfinden, wie das passiert. Wir haben einfach alles verloren. Wir sind Glück als schade, dass wir diese RV haben. Und niemand hat es sterben. Katz hat sich geschlossen. Ich bin gut. Niemand hat das gemacht. Settle auf da hinten. Die Banditzen hatten unsere Nummer für Wochen. Das ist anders. Das ist anders. Also, jetzt übertreiben wir nicht, ne? Ja. Ja. Wir müssen jetzt reagieren. Ich weiß, es klingt gut, aber wir haben hier ein Trailer. Ihr habt das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Ja. Das ist das? Was ist da drin? Ich habe etwas. Wir müssen uns stoppen. Okay. Wir können jetzt mit dem zu Hause sprechen. Kenny, ist es sicher? Es sollte sein. Jeder raus. Lilly, raus. Dann raus. Kenny wollte gerade was sagen. Ich ... Punkt, Punkt, Punkt. Dann Warte noch mal. Jeder raus. Lilly, raus. Dann raus. ... Dann raus. ... Kenny, das Auto hat die Anabin. Aber es ist ein Walker im Hinterboden. ... ... ... ... ... Wir müssen nicht einfach von dir aus. Wir müssen hören, was jeder denkt. Ich denke, du solltest dich entschuldigen. Ich werde das nicht nehmen. Du kannst Ben aufbauen, aber du kannst mich nicht aufbauen. Ich bin wirklich sorry, du fühlst dich so. Ich beginne zu denken, dass es vielleicht beide sind. Keine Art nicht, es war Karne. Es war jemand anderes. Es könnte sogar jemanden in unsere can. Das ist schrecklich. Das ist das, was du denkst? Ja. Okay, dann gut. Kenny? Ich weiß nicht. Fuck, einfach stop, würde ich? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Huh, the hell you will. I'll get more food, more medicine, anything. You think any of that is good now? Just let me stay, please. God, please. You're pathetic. Look at you. He's broken, Lilly. I can see that. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust and I've never trusted you. They are. I can't, Lilly. You know I can't. Thank you, Lilly. Please, listen to him. Please don't kick me out of the group. Er was safe. Tell me. Now. There. I got him, Lilly. Let's just get back in the RV. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. But you're just a scared little girl. Get the fuck over it. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. Oh, man. Is this so hard? It's so hard, man. It's so hard. It's so hard. It's so hard. What the fuck is the problem? What? Was? Die hat... Oh fuck, so shit. Haben wir sie gerade vor und sie mit der Schossen? Ich habe nichts mehr gebrochen. Kann ich sie noch rückgängig machen? Ich hätte das überlegen sollen. Leigh, ein Wort, bitte? ich fühle mich schockiert ich habe sie zurückgelassen es tut mir leid war es richtig ich bin gerade vor mir hier passiert so viel ich habe aber die hat die einfach schossen mann einfach schießen ist halt auch kein gerät also ich meine man weiß halt nicht was da passiert ist sowieso und ob die gedroht aber weiß oder aber schießen ist halt auch scheiße ich habe gesagt ich freue mich auf das spiel ist gelogen ich hasse das spiel ich finde ich aber schlimmer wird aber nicht mit nicht zurückkommen es fehlt dann zeit für eine beerdigung ich bin glücklich was warum sehr schön ich könnte verstehen dass sie es gemacht hat er war es das ist ein Traum oder das ist ein Traum oder mich interessiert hätte ihr sie draußen lassen hätte sie mitgenommen schreibt es in die kommentare das wurde gebissen fuck alter so glück haben wir es dämlich gesagt vielleicht kann ich nicht wirklich das jetzt das sieht wie eine seltsame dieses buch wird nichts von uns Ja, alle anderen, relax. Claire, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, wenn du etwas zu essen hast, wenn du ein Diningrad oder etwas, ich denke Doc ist ein bisschen dehydrated. Es ist ein Freitag. Be careful in da. Was, du denkst, es könnte etwas gefährliches in einem abandondeten Lokomotiv sein? Das hat mich nicht verstanden. Real Talk, Leute. Das ist gerade super schwierig. Ich schwöre euch. Das macht mich immer noch ein bisschen fertig, was da gerade passiert ist. Der Dack wurde gebissen. Lilly haben wir allein gelassen. Kanye wurde erschossen. Klemmen geht's gut. Also, den Umständen entsprechen, ne? Fuck, Alter. Also, ich weiß ja, dass bei solchen Spielen Entscheidungen nie einfach sind. Und moralisch ist immer die Frage, welche Entscheidung macht man? Und ich denke mir gerade so, hätten wir Lilly aber noch... Sie weiß, dass wir auch getötet haben. Aber sie hat eine von uns getötet in der Auberkalypse. Das heißt, die ist ja schon voll durchgedreht. Das ist schon krass, wo ich sage... Ne, also... Dass dort Vorräte weitergeben worden ist super schlimm, aber... Ja, warum wurde es gemacht? Das wissen wir ja immer noch nicht. Hatten die gedroht oder sonst was? Hatte man vielleicht irgendwie Versprechungen gemacht, dass die Familie irgendwo ist? Ich habe keine Ahnung. Fakt ist, liebe Community. Das werden wir jetzt in der nächsten Folge erfahren. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch für diese Aufmerksamkeit bedanken. Diese Folge war sehr, sehr ereignisreich, sage ich mal, ne? Und, ähm... Ich mache jetzt auch, glaube ich, erst mal 10 Minuten Pause, muss das sacken lassen, bevor ich aufnehme. Die Melodie macht es jetzt nicht besser. Und... Ja, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, Leute, ne? Bis dahin. Denkt daran, ihr seid die Besten. Keine Ahnung. Bis bald. Euer Martin. Macht es gut. Und lasst einen Daumen nach oben, da, wenn euch das Projekt gefällt. Unterstützt mich damit. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung draußen. Küsschen für dich. Tschüss.